Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Guten Tag, da sind wir wieder bei Fortnite Battle Royale. Ich bin's wieder, euer MCMidnight. Und jetzt zeige ich euch, wo ihr den geheimen Battlestar der Woche 9 findet. Dafür müsst ihr natürlich alle 9 Wochen abgeschlossen haben und dieses Bild hier freigeschaltet haben, was ich euch einblende. Da sieht man hier mal den AIM und die beiden Charaktere hier, Deadfire und Kala Meaty. Und die gucken hier in diesem wunderschönen Feld rum, hätte ich jetzt gesagt, in diesem Blumenfeld hier bei Leaky Lake. Und jetzt zeige ich euch, wo das der geheimen Battlestar ist. So, natürlich müsst ihr hier wieder aufpassen, dass euch nicht gleich wieder Gegner umnieten. Und wie ihr auf diesem wunderschönen Bild seht, ist hier dieser Grill. Auf diesem Grill ist der Battlestar. Also sobald ihr das fertig habt und alles freigeschaltet habt, werdet ihr den Ladebildschirm kriegen, wo hier dieser Grill ist im Hintergrund, wo dann auch der Battlestar ist. Hier ist auch nochmal so ein komisches Ding, sehe ich hier gerade. Achso, das ist, ah, das ist coole. Ja, also hier oben drauf wartet der auf euch. Der Battlestar auf diesen wunderschönen Grill. Den könnt ihr euch dann einfach schnappen. Und dann habt ihr den letzten Battlestar dieser Season. Wahrscheinlich wird Nummer 10 dann wieder ein Banner sein, würde ich mal behaupten. Aber das Ganze seht ihr dann nächste Woche wieder hier am Donnerstag auf diesem Kanal. Bumm.